Geldgere Gründe für Einmarsch in das unschuldige Afghanistan Doppelpunkt In Afghanistan gibt es ein großes Vorkommen an Silizium für Halbleiter-Technologie in Computern Hier ist das Flemmer, weißt du? Freue ich mich, dass ich euch begrüße Ich hoffe, dass ihr auch sagt, oh schön, der Flemmer ist am größten, weißt du? Ich begrüße euch Jetzt werdet ihr sagen, ja der Flemmer ist der bescheuert, weißt du? Was grüßt der mich? Der wird doch was, der wohl was, weißt du? Der Grund ist, ich habe ein Computerspiel, weißt du Bescheid? Und Elektronik, das eine Art feinster Sand ist Sands in Los Alamos im echten L.A. In Afghanistan gibt es ein großes Vorkommen an Silizium für Akkumulatoren und Batterien in Elektroautos Ich bin an Elektroautos iPhone-Steplets, etc. Zum Geldverdienen In Afghanistan wächst Opium für den Oh, jetzt wird es aber gerade spannend, nein Damit ihr mal wieder wach werdet! Das ist natürlich nicht erlaubt, der Prophet Das hat das im Jahr von Khaybar verboten Hallo, ich wollte noch was sagen, was die Leute in Afghanistan gesucht haben Erstmal haben die Nazis nach Mohn gefucht Als Heroin-Opium-Plantage Also der Gremlins, Demagogen, Hitler, Himmler, Herr Odensohn, Mussolini HALT! DEINE FRESSER! So, Herr Galati, Sie dummer, blöder, wichser, Sie Hurensohn Ist noch die ganze Zeit im Facebook unterwegs, was treibt denn dort von Fug die ganze Zeit? How long is it until my biggest jump scare comes up? We'll find out! He 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 Don't skip Don't skip Don't skip W-W Dachte die In der Kruislauf, nee? W-W 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 No! No, 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 no! Stop! W-W 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017